Wir filmen jetzt, ne? Komm mal dagegen, komm mal dagegen! Komm mal voll davor! Nein! Bekloppt! Hello! Hey links, bitte Burger King! Links! Mal links! Nein! Ich muss zum Burger King einmal, hopp nach! Hey links! Du bist der Amt drauf, du bist in die Hacken gefahren, man! Hallo, ich möchte Burger King! Nein! So, auf! Jetzt du sollst doch klingeln! Ja, warte, ich klingel doch nicht! Kette fickst man mal aus, oder? Fickst du Mama? Boah, boah! Schau mal, du sitzt immer noch mit seinem komischen Laptop. Fahr da immer von hinten rein, mit einem Klatsch! Gefährst, ey! Wie so Nazi, ey! Ey, ich such für euch auch die Spiele! Immer links, links! Geradeaus! Bitte! Aaaaah! Ja, Alter! Unschwann! Die kommen jetzt noch nicht! Nee! Warum nicht? Nee! Wir haben ein Polizeibebogen! Wow! Waaah! Das ist der Kostladen! Lass, die ist ja genau so flippend wie Bein. Guck mal, die rutschen da vorne. Boah, Achtung! Die kommt hier runter. Sanni, du darfst nicht hin. Ey, mein Auto ist zum Glück noch da, ey. Ey, warst du aufgenommen? Ja, ich nehm alles auf, die ganze Zeit. Ey, Sanni, du darfst nicht nach hinten, ey, du darfst nicht nach hinten, ey, ich tromm gar nicht mehr vorwärts. Mal links, bitte, ich weiß nicht, da. Ich weiß nicht, da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ey, ich mach auf links. Guck, das Hotel Bikini. Da dürften nur Frauen rein. Es gibt mehrere Schwanen, ne? Nein. Boah, hallo, ey, bei mir ist der Vorderreife. Ich will die Musik hören. Ich find das voll Hammer hier, einfach. Boah, wo geht so, wo geht so unsere scheiß Lagen hier? Hallig. Der Typ ist angeschnallt. Ja. Ja. Ey, wie geil das. Ich hab alles aufgenommen. Ich hab alles aufgenommen. Ey, jetzt fahr doch was vor davor. Oh. Jetzt fahr links bitte, bitte. Nein, gerade. Ey, mach mal, ich bin das letzte Mal hier, komm, ey. Oh, fuck jetzt. Er hat mir voll zu... Das klingt, er hat so schnüffelig. Was? Was? Fahr links, Mann. Nein. Doch, ein bisschen Strandpromenade. Hm. Fahr links hin. Ich muss einfach mal diese geilen Mülltonnen filmen. Ey, was, was macht ihr denn hier Fotos? Ich mach immer Fotos. Das ist Marvin. Das ist Shani. Und das ist Marco. Das bin ich. Mann sieht die scheiße aus. Hier, hört dich schön. Sieht doch immer scheiße aus. Boah. Ja und? Was dagegen? Du siehst auch nicht besser aus. Ach doch. Schwabbelbagger. Hallo, Senor. Senorita heißt das. Ja, auch mit dem Bürgerkrieg. Ja, das hat nicht genau. Dann ist ja auch mit dem Bürgerkrieg. Mit einem Parkopulenz. Hallo, ich kann selber fahren. Ich dachte, da waren Scherben. Das war. Scheißegal. Boah, liegen ganz viele Luftbandratzen. Lass dich mal klauen. Filmst du auch, Marco? Ja, aber... Geil, guck mal. Guck mal, lass den mal umfahren. Komm, wir fahr den mal um. Nein, nein, da vorne ist einer. Guck mal, hier sind so viele Leute. Ey, Lola Kim ist da dann! Links! Ey, wie viel Uhr haben wir? Ja. Na, fünfze Minuten haben wir. Oh, das hab ich nicht, Alter. Nee, ist mir unterwegs. Ich bin 99 Cent. Das ist heute nicht mehr. Ah, ich weiß nicht. Hallo, jetzt lenkt nicht immer. Wo hast du deinen hier? Hallo, jetzt steuern. Ey, jetzt lässt du dir keinen Zeit mit, ne? Ey, ich krieg noch von dir niemand Geld. Genau, von dir krieg noch Geld. Ja, ich hab immer noch drei Euro zu. Aber wenn du dir meine drei Euro mit dir hergibst, soll dann gehen. Ey, wenn Sunny nicht mitredet, dann kann ich hier hinten nicht hochfahren. Dann gibt es dem zusammen. So auch die Euro mit der Beteilung. Wo ist das? Vielleicht kann ich dir eine große Würze hin? Oh, das ist einfach so ein bisschen matches, aber es bleibt wirklich sehr.